Liebe Freunde, ich habe anzukündigen, dass ich Detective bin. Oh, Herr Detective. Alter, betötet Holly schon wieder, oder was? Nein, 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 nein. Nee, Osaft. Osaft hat sich umgebracht. Leute, kann mal bitte einer den Fahrstuhl hochbringen? Oh, Feuer, rennt weg, ich hab Feuer gelegt. Holt mal bitte den Fahrstuhl hoch. Geht da weg vom Fahrstuhl, da liegt Feuer. Au. Könnt ihr bitte den Fahrstuhl hochholen? Bitte. Drückt doch einfach den Knopf. Ich kann nicht, ich bin nicht hängelfest. Bist du unten? Ja. Ja, dann bleib da unten. Das ist der Erlass. Mein erster, meine erste Anzahlung. Alter, kommt schon. Irgendeiner muss mich doch retten. Ist die Manu, ist der Manu. Bleibst da unten, für immer. Die Manu-Zone. Mann. Mann, wieso brenne ich die ganze Zeit? Wir werfen hier einmal täglich etwas Essen, warum liegt der Osaft tot? Ja, weil er runtergesprungen ist. Deswegen bin ich doch hier. Hey. Alter. Holly ist schon wieder runtergesprungen. Ja, geil. Was macht Holly die ganze Zeit? Geil. Ja, das ist das Essen, das ist das Essen für diese Woche. Achso. Wir werfen ja einmal die Woche Essen runter. Ansonsten musst du auch bleiben. Dario. Ja. Ich bin noch gerade hier, weil Osaft hier in die Ecke reingeflogen ist. Oh, kann ich hier lang? Oh. Warum kann man das da nicht runterwerfen? Man kann ja keine Gegenstädte runterwerfen, oder? Ne, ne, da ist so eine unsichtbare Wand, das ist echt lustig. Ey, es ist Maudado. Okay. Töte ich Maudado. Oh, ich kann Maudado nicht runterwerfen. Genau. So, sobald ich dich sehe, sei das Opfer ich tötig. Häng, häng. Nein, Manu. So was würdest du niemals tun. Doch. So, genau so was mache ich immer. Im Leben. Und warum? Du musst damit irgendwas kompensieren. Ja, mein Hass auf dich. Oh nein. Nein. Oh Gott. Drei Minuten, dann habe ich gewonnen. Ja, ich wollte... Warte, Maudado. Ich habe dich gekillt, während du mich getötet hast. Oh, ich wollte T4 kaufen. Ich habe das und das hier eingekauft. Oh, was passiert? Ey, so kacke, Mann. Spring mir O-Saft entgegen, spring mir Holly entgegen. Ich habe versucht, einen auf Holly zu machen, dich damit zu töten, aber dann bist du weggerannt. Ja, ich habe auch versucht, einen auf Holly zu machen. Ich unterlasse es jetzt, ich unterlasse es jetzt. Das geht nie gut. Ich verweigte es nicht. Holly, irgendwann wird es klappen. Ja, irgendwann schon, ja. Ja, wenn du jetzt aufhiebst, sind all deine Todes um Vergebnis gewesen. Richtig. Alles, was du getan hast, ist sinnlos, wenn du jetzt aufhörst. Dann ausweichen wir auch voll einfach. Ja, das geht mega einfach. Ja, weil das Steuern ja auch extrem scheiße ist in der Luft. Ich mache dieses scheiß Realismus. Ja, in der Luft. Ich weiß, hier kann man doch fliegen, in der Luft. So ein Regenschirm ist egal, wo man da sagt, er hat den Fall. Kennst du dieses Ritzermitzmutz? Ja, so ein Fallschirm. Ritzermitzmutz. Oh, ich wollte gar nicht holen. Heute in der Apotheke zu kommen. Oh, drei Leute auf dem Fahrstuhl, die Chance des Treffens. Ein Regenschirm als Traitorwaffe. Wenn du... Obwohl, egal. Oh. Alter. Hey, Zolli. Du hast mich angeschossen. Holly. Ja, ich bin aber kein Traitor. Hier, ich beweise es. Okay, gut. Ich bin bei dir, ich habe keine Waffe. Ich bleibe von mir aus auch als Schutzschild da. Was zur Hölle. Geh weg, Delay. Er hat mir Leben weggemacht. Ich habe nur noch viel fester geschossen. Das ist ganz normal. Was machen wir jetzt mit seiner Leiche? Wir werden, wir werden die von... Wir werden erwischt werden, Holly. Wir müssen die Leiche verbrechen. Oh, ich habe das explodiert an Fässern. Verbrenne die Leiche. Ich verbrenne sie. Ja. Ich muss schauen. Wir müssen warten, dass sie verfahren ist. Also ich kann seine Leiche durch die Tür stecken. Okay, das unterstütze ich nicht. Das unterstütze ich nicht. Das geht zu weit, dass es ist. Leichenschändung. Ich habe seine Leiche durch die Tür gesteckt. Ich habe eine Sprechstange. Okay. Mach mit, Usaft. Vielleicht kann ich den nicht nehmen. Bei den sieben Versuchen hätte ich dich auch abschießen können. Komm mal. Komm, wir gehen hier rein. Oh Gott. Hier wurde jemand getötet. Mach jetzt der neue Arbeitsplatz, Usaft. Habt ihr Usaft umgebracht? Hä, Usaft ist an einem Fässern explodiert. Er ist explodiert. Ja, er ist explodiert. Aber das war doch nicht meine Fässer. Das kann doch nicht sein. Wer ist da, hinten hinter der Scheibe? Ich bin hier. Okay. Ich sehe nur seine Leiche mit Explosionsschaden. Ich möchte Usaft besuchen. Wo ist Usaft? Ist er mit dir noch da reingegangen? Da habe ich ja gar nicht auf Fässer geschossen. Das muss Zombie geben. Ich weiß nicht. Geh raus, Maudado. Okay, Maudado. Ich will Usaft besuchen. Gott, was ist nur passiert? Warum ist Manu tot? Was ist nur passiert, Usaft? Und warum ist Holly still auf? Wir gehen zu deinem Zuhause. Also Holly und Maudado. Hä? Manu ist tot, weil Holly ihn erschossen hat. Und dann ist Holly runtergesprungen. Warum ist er nicht confirmed? Und warum lacht er gerade? Lacht er? Warte, ich kann ihn mal suchen, wenn es unter dem Fahrstuhl sei. Ich bleibe auf meinem neuen Arbeitsplatz. Fahrstuhl hoch. Für den Rest meines Lebens. Oh. Oh, wo? Nix. Ja. Ja. Das ist keine Leiche. Nächste Maudado. Aber Holly ist doch Detective. Warum sollte ich ihn untersuchen? Weiß es nicht. Wieso gehst du zu mir und schießt auf mich? Ich auch nicht. Richtig komischer Typ. Hä? Zombie, du warst Inno? Ja. Du hast mich in die Luft gejagt. Du warst neben den Fässern. Alter, in seine Leiche rein. Warum hast du mir nicht gesagt, dass du es warst? In Ursache, ich habe auch noch zwei Shurikans. Weil du sonst sagen kannst, dass ich Traitor bin. Ach so. Holly, ich war so nett zu dir. Nein, du hast mich geschubst, Alter. Das war so verständlich, dass man dich da runterschubst. Ja, das ist echt verständlich. Ich stelle sie einfach genau auf eine Kippe. Holly stirbt einfach jede Runde hier, weil er diesen Fahrstuhl runterfällt. Nein, ich werde geschubst. So, aber ich gründe jetzt eine Anti-Hall-Later-Einheit. Ja, diesmal ist er doch gar nicht runtergefallen. Ich habe ihn erschossen. Ist okay, ist okay. Abstand suchen, Abstand. Oh. Der Osaft, Osaft hat Maudado erschossen in Detective. Okay, Osaft, das ist wieder Osaft. Nein, er rennt weg, er rennt weg, er rennt weg. Hier ist er doch. Ey, Zorbe, wo schießt du nicht auf ihn? Warte, wer von... Hä, Mama! Hä, das war's. Bin ich irgendwie gerade geistig, völlig... Was ist das für eine scheiß Waffe? Alter, sag mal, das kann doch nicht sein. Wie behindert seid ihr denn? Warum habe ich dich getötet? Hä, wer war der jetzt Traitor? Osaft und ich. Warum lag denn da Manu auf einmal tot, obwohl ich Osaft erschossen habe? Weil ich Manu erschossen habe. Ach so, ich bin mir vorgelaufen, dass... Bist du auch Traitor? Dann habe ich Manu erschossen. Hast du nicht darauf reagiert? Ich dachte, das wäre Osaft. Manu, ich habe auch... Ja, ich habe ja auch Maudado gestötet. Auf wen habe ich denn geschossen? Hab ich auf Manu oder Osaft? Auf Osaft. Ich glaube, auf mich. Oh Gott. Da war ich jetzt die ganze Zeit behindert und habe einfach nur einen gesehen, wo zwei waren. Ich kleide die Sache fast alleine. Und dann stirbst du. Und dann werde ich umgebracht und... Die Opfer schaffen nichts. Ich habe sogar eine MP5. Krass. Jetzt nämlich die Galle extra. Krass, Mann. Krass, Mann. Du kannst es dir einfach leisten, oder was? Digga. Ja, Maudado. Hallo. Komm mit mir mit. Hinter den Baum. Komm schon. Hinter den Räumen. Hinter den Baum. Genau, da liegen noch Waffen. Da liegt noch eine MP5 und noch eine Galle. Arsch. Oh, er war in der Luft. Kann man eigentlich... Ich habe mir nur getötet. Ich bin Detektiv. Ja, ja, ich bin direkt hinter dir. Ich bin Detektiv. Ich bin direkt hinter dir. Body of G, man Display. Beim Netzwart habe ich mich an den Baum umgebracht. Ich glaube, ich bin ihn an den Baum umgebracht. Er ist nachtragend. Hier ist ein Reifen. Ich bin direkt hinter dir. Ich bin ganz außerhalb der Waffe. Hallo. Kann man den Reifen auch so weit ziehen? Leute, kann man den... Kann man den... Wir brauchen einen neuen Clan. Nee, geht nicht. Voller schlechter Waffen. Du weißt nicht, wie die Waffe heißt. Ich muss den immer wegwerfen. MP5. MP5 spielen. Wow. Wir sind der Navy Clan. Wir sind beim Reifen. Komm. Der Reifenball. Okay, warte. Ich wäre es denn zu... Darf ich alle töten? Lol. Ja, wenn du meinst. Danke. Hast du ne Feuerpistole? Für mich? Äh... Ich bin kein Traitor. Ich hab nur ne normale Pistole. Okay. Ich hätte auch keine normale Pistole, also es ist okay. Okay, Peter. Also, fangen wir reifen, fangen wir reifen. Also, fangen wir reifen. Also, sind die zwei Traitor... Ja, rein! Aber ich töte trotzdem alle, okay? Okay. Wuiiii. Du musst bei mir in der Nähe bleiben, sonst fühl ich mich unsicher. Kommt ihr vorbei, Reifenballspiel? Okay. Ehh. Wirklich? Okay. Hä, lol. Ich bin ja runtergelaufen, Pass. Na, dann vertraue ich dir mal. Dass du bei mir bist. Dann... Komm, welche im Fluss. Guck. Hallo. Oh, Flussleute! Ah, hi! So, wen... Wen soll ich zuerst? Hä, mysteriös, dass er blut ist. Warte mal, ich mach mal kurz die Lade. Okay, Maudado möchte ich nicht töten. So. Guck, wer ist das? Maudado! Okay, Maudado! 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 Warte, ich hab keine Muni. Äh. Lol, der einen hat seinen Traitor-Kollegen gebraucht. Hehehe. So, lol. LOL! Ich hab das Tode! Nein, hör auf! Hahahaha. Alter, ich will auch mit Tode in. Fairer-Kampf. Hahahaha. Oh, Mann! Das war Debitor. Oh, Mann! Meine Pistole war die Beste! Siehst du das durch deinem Gesicht? Das war nicht ich. Das war nicht ich. Das war Debitor. Achso. Das war Faker. Das war Faker. Was? Das war... Nee. Da liegt sie! Da hinten! Das war Debitor. Maudado. Maudado liegt auf den... Maudado liegt auf den... Maudado liegt auf den... Maudado liegt auf den... ...Aaah! Will sie nicht. Ich bin tot. Fress mich. Please razz me. I razz me like a racing ball. Racing ball! Ich bringe meine Arme, Holly. Immer da, du EP, ist so toll. Oh! Ich hab dich reingedrückt? Hä? Ist er tot? Der muss doch tot sein nach dem Sprung. Nein, ich hab Delay umgebracht. Okay, okay, dahinten wurde schon jemand erschossen. Das ist ja krass. Alter. Soll ich eine Attentate machen, Delay? Von oben einfach runter springen. Wer ist tot? Keine Ahnung. Ich glaube, das war beim Fahrstuhl, also mindestens zwei tot. Ähm, Leute, ich bin auf Delay gesprungen, während er runtergefahren ist und dann... Warte, ich bin's doch gar nicht! Hä? Aber Kinder werde ich nachts auch suchen und töten. Hä? Warte mal. Wer... Ich weiß leider nicht, wer bei ihm war. Wer ist überhaupt Detective? Na da, du. Der hat auf dich geschossen. Ich bin Detective. Ja, unten müsste auch eine Leiche sein. Ja, da unten ist eine Leiche. Dario ist nämlich runtergesprungen. Bist du runter? Ich bin auf Dario gesprungen! Warum hast du ihn nicht untersucht, Holly? Weil ich ihn nicht finde. Ich finde ihn nicht. Ich bin auch nicht aufgesprungen. Der ist unterm Fahrstuhl oder sowas. Stimmt. Mach mal den Fahrstuhl hoch. Ja, warte. Wie geht das denn? Äh... Ja, ich mach. Den auch hier. Kommt er? Ja. Und? Ist er? Was ist er? Er war Traitor! Super. Ey, das werde ich jetzt jedes Mal machen. Oh! Ein Fass! Ein Fass! Was? Ja, das ist ein Fass. Da sind... Alter, da kommen Fässer zu uns hin. Ja. Aber man muss sagen, er hatte nicht wirklich was mit dem... Zwei mehr Messer, zwei mehr Messer mit dem Tod zu tun von... So richtig. Oh! Ach, ich bin gemuted! Ich rede nur die ganze Zeit. Ich hab gar nichts gesehen. Oh! Oh! Ich hab am Anfang versucht, bei Lado Hunter zu schubsen. Hä? Ich... Ich hab was gegessen. Ein Mikro ist noch mal. Also... Aber zwischendurch... So hä? Ich hab was gegessen. Ich hab mal kurz ein Steak gegessen. Nein! Ich war kurz im Restaurant. Ich ging mal vom Restaurant aus. Von meinem Laptop aus. Ich war ja da. Ich hab ja geredet. Du hast mein Laptop aus. Ich hab O-Saft erschossen, weil er mich töten wollte. Ich hab den nur versucht runter zu schubsen. Dann wär ich gestorben. Der... Bist du... Hä? Du tötest O-Saft? Hä? Und dann schießt du mich an, weil du... Hä? Weil ich auf dem Radar nur zwei Punkte gesehen hab. Aber es waren einfach zwei. Geil! Hä? Ja eben. Hä? Ich hatte nichts gekauft außer dem Messer.